Ich bin jetzt auf der Bergstation der Ahornbahn. Wir haben den 29. Juli, 8 Uhr und jetzt gehe ich zur Ahornspitze. Ein Blick ins Zillertal und dann jetzt hier weiter zu Kalt und Ilde. Ich bin jetzt auf der Bergstation. Ich bin jetzt auf der Bergstation. Nun bin ich an der Edelhütte. Und gehe, dann geht es zum Ahornspitz. Und im Moment sind ja viele Leute unterwegs. Ich bin jetzt auf der Bergstation. 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 Ich bin jetzt auf der Bergstation.